Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem YouTube-Kanal Qualix zu einem weiteren Video zum Weihnachtsgewinn-Spiel dieses Jahr. Heute haben wir den Tag 12 schon, somit halbzeit offiziell. Das freut mich sehr. Heißt, wir schauen uns natürlich das Ganze mal wieder an. Ich habe ein bisschen Stress jetzt, weil ich nehme es in der Früh auf und ich muss mich schon gleich wieder weg. Deswegen kurz, kurz, kurz. Also was gab es am 11. und 12. gab es, der Rallye zu gewinnen und gewonnen hat, nicht gewinnen. Bitte bei Geet, deinen Geben beanspruchen und nachdem du, glaube ich, noch nicht gewonnen hast, mir einfach eine E-Mail schreiben. Wenn du schon mal gewonnen hast, ich nehme es jetzt nicht so genau. Ich würde es gerne, dass mir wirklich jeden Tag dann eine Mail bekomme. Aber gut, auf jeden Fall einfach eine Mail schreiben. So, ich habe gewonnen. Geil. Danke. Wie steht denn in der Videobeschreibung drin? Gut, was gibt es dementsprechend am 12. und 12. so mit heute zu gewinnen? Dann, dann, dann. Dann, Totally Reliable Deliverable Service. So, Totally Reliable. Gut, es wird nicht besser mit meiner Aussprache. Deliverable Service. Ah, ja, einfach so, wie es für ein Bildding, glaube ich, so ein Paketzustellen. In der Art, in der Regel, könnte ich auch mal kurz mehr zum Produkt. Gibt es auch immer den Teil hier. So schaut das da eben aus. Ja, schaut nicht schlecht aus. Ich habe mir gedacht, geil, ist mal ein bisschen was anderes auch mal wieder. Ich weiß, es sind alles, es geben immer andere als meiste so traditionelle. I don't know. So, auf jeden Fall. Das war es schon mal mit diesem Video. Gerne Abo, Like, da lasst und Glocke aktivieren, um dementsprechend nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen, beziehungsweise hören uns dann dementsprechend morgen wieder. Haut's rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.